Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es die allererste Folge von Road to Triple Nuclear Life Für die alten Hasen und euch, die das noch aus Black Ops 2 kennen. Damals die 12 Triple Nuclear Fails gehabt und dann habe ich die Triple Nuclear Life erreicht. Einfach so eine legendäre Zeit dafür. Hier mal einen kleinen Ausschnitt. Jungs, ich kann nicht mehr aimen. Triple, Triple Nuclear Life, Triple Nuclear Life. Nach 12, nach 12 Fails, nach 12 Fails, Triple Nuclear Life. Ja man Jungs, ja man, ich hab's geschafft. Und ja Leute, wenn ihr Bock habt, dass diese Live Reaktion wieder zurückkommt, dann lasst auf jeden Fall mal wirklich eine Bewertung da. Ich würde mich richtig freuen, wenn jeder, der dieses Video sieht, auch eine Bewertung da lässt. Das waren die heftigsten Zeiten damals. Und wer die Black Ops 2 Triple Nuclear noch kennt, schreibt mal in die Kommentare, Hashtag BO2Triple. Und wer es nicht kennt und jetzt Bock auf die Serie habt, einfach Hashtag Triple. Und ja Leute, die allererste Folge wird mit Creeper sein. Er hat schon irgendwie 15 Triple Nuklears oder so im Black Ops 3. Also er kennt sich auf jeden Fall mit Gameplay. Ist mega, mega gut aus. Und dann schaut auf jeden Fall am Donnerstag wieder auf meinem Kanal vorbei. Da wird die Serie Blackout reaktiviert. Die war jetzt eher so zwei Monate inaktiv oder so. Aber jetzt wird sie auf jeden Fall wieder kommen. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock auf diese Serie habt. Und schreibt in die Kommentare, Hashtag Triple. Würde mich mega freuen. Schaut auf jeden Fall beim Shop vorbei und gett euch für den Sommer so ein Live Your Time Chat, damit ihr einfach die Freshesten seid. Und dann würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Jetzt hat er mich... Freut mich für dich, Alter, du scheiß... Du musst campen, wenn du jetzt stirbst, ganz gut. Ich würde jetzt in die Mitte gehen und Nuklearsafe spielen. In die Mitte. In die Mitte? Ja. Ja. Wie in der Mitte? Einfach von... bei den Autos aus. Bei den Autos? Ja, bei den... in der Mitte. Was? Also, es ist so... jetzt müsstest du reinpushen. Dann mach ich nicht mehr. Chill, chill, chill. Ich muss nur einen Krieger. Chill einfach. Nicht challengen. Ab. Ich muss kurz drei Stück Kohle. Nice, man. Warte, ich geh hier in die Garage eben wieder rein. Unten, unten, unten. Ich denke, das ist der Abfucker. Ja, das ist der Abfucker, Digga. Der ist voll weak. Warte, ich versuch. Digga, der ist voll am Schwitzen. Hast du den? Wo ist der? Ah. Jetzt soll einfach nur mein E-Coin. Ich hab Sense draußen. Push nicht, push nicht, push nicht. Hast du auch mit? Nee. Es gibt grad einen Gegner, Digga. Jetzt hab ich auch mit. Was steht? Nice. Digga, das kann nicht wahr sein. Ich krieg keine Kills, Digga. Du hast 20er. Geh weg, geh, geh, geh. Stell mich rein. Ich krieg keine Kills, Mann. Ach du Scheiß. Hast du den? Geh weg. Komm zurück, ich rüge. Ich sterbe. Ich sterbe. Oh mein Gott, das ist so ein Geswetter gerade. Oh mein Gott. Nein, er spawned hinter mir, Digga. Du kannst ja auch wallbangen, ne? Hast du auch was? Oh! Nicht, 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 nicht. Brutal. Ich hab Orbi. Ich bin tot. Wenn er mich jetzt knifet, oh mein Gott, ich leb noch, Creeper, Digga. Das war unmöglich. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da am Leben zu bleiben war absolut unmöglich, ey. Nicht, 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 nicht mach, dass der große Fehler dir machen kann, so reinzugehen. Oben, 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 der ist safe oben. Er hat Gesichtpuls, Digga. Er weiß, dass ich hier bin, glaub ich. Oh mein Gott, wie viel hab ich? Ich hab schon Nuklear, oder? Nee. Ich weiß nicht, dein Wächter. Oh Gott, okay. Hab Nuklear jetzt. Alles kill ich. Warte, ich versuch noch einen Kill. Nein, ich hab immer noch keinen Orbi. Warte. Mach eben Orbi fresh. Nein. Ich hab Orbi, ich kill ich. Jo. Ich mach auch noch eben meinen. Komm, einen kill noch, bitte. Hab ihn. Okay, ich hab auch Orbi, Digga. Kill ich, kill ich, kill ich. Ja, ich kill mich, ich kill mich, Digga. Komm, Digga, let's go, man, let's go. Oh, der Geier hat. Der Geier hat. Der Geier hat. Ja, wir haben Spawned, der Geier hat. Oh nein, Spawn scheiße, Digga. Nicht pushen, nicht pushen. Ich geh hier, Orbi. Wenn so eine Situation ist, muss er ums Haus gehen. Ich hab nix Orbi. Digga, der macht mir so Angst, Baby. Halt Litsch, ne? Ich geh in die Zone. Er ist tot. Ich muss das. Oh Gott, sind da viele. Er nimmt... Nice. Perfekt, die haben Double Cap. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Töt ihn, töt. Geh weg, geh, 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 geh. Pass auf, pass auf, pass auf. In dem Headditch. Ich sterbe, Pumpe, Kotz und Double. Ja. Es ist Abfucker, reingejoint. Oh mein Gott, Red Smoke. Nein. Vor mir ist Kartoffelsalat, Digga. Komm, ich komme. Bist du da oben? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Die sind alle unten. Hier hast du Eis. Ich darf nicht sterben. Nein, nicht sterben, nicht sterben, Digga. Nein, die sind alle vor mir gespawnt. Nein, Kartoffelsalat, der macht mir so Angst, ne? Die sind voll schlichtig. Ich hab keine Mühe mehr. Hey, was ist das für eine Waffe? Ich hab auch... Ich hab keine Mühe mehr. Digga, wohin mit mir? Hinter die Hände. Was ist Gruppel los? Ah. Du hast genug Zeit, genug Zeit. Bist du kurz vor Sense? Nee, Hälfte. Ja, ist egal, ist egal. Mach noch ein paar Kills, dann holst du Sense raus und machst du mit der Sense die. Ich hab keine Mühe mehr. Ich hab keine Mühe mehr. Ich hab keine Mühe mehr. Jetzt hab ich gleich nicht mehr so viel Zeit, wenn die alle Streaks raushauen. Doch, du hast mal. Oh mein Gott. Du musst doch jetzt ganz so unnachgiebig haben. Ich würde da nicht hingehen, wo du bist. Geh weg. Er ist direkt hinter mir gespawnt. Noch einer hinter dir. Nice, kommt meine Mom grad wieder rein, wie immer im Video. Bist du oben? Ja, ich bin oben. Warte, ich komm gleich. Oben, oben, oben. Oh mein Gott, Digga. Undachgiebig. Ich springe aus dem Haus, ich springe aus dem Haus. Hier hin? Warte, in der Mitte lass ich mir den. Oh fuck. Warte, lass den rechts. Unter mir. Denk dran, du bist kurz vor Sensor, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Er brennt mich weg. Was? Fuck, Digga. Oh mein Gott, Digga. Guck mal. Warum hat der Dings nichts genützt, Digga? Es hat nichts gebracht, der Wächter. Das ist unglaublich. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Für die nächste Folge 6000 Likes wäre richtig nice von euch. Schaut auf jeden Fall bei Creeper vorbei. Er ist echt der krasseste BO3 Spieler ohne Witz. Und ja, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Für die nächste Folge. Und da würde ich noch sagen, ich lasse dir das letzte Wort. Wie gesagt, 6000 Likes. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wir sind raus. Sagt nur ein Wort. Haut rein. T Temple. T Temsch. Neff. T Temsch. Folgen. Temsch.